Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Wie viel ergibt die Summe aller Ziffern dieser Zahl? Wir können diese angegebene Zahl als Summe von lauter Zehnerpotenzen schreiben. Und wie viele Zehnerpotenzen sind vorhanden? Von 0 bis 23, das heißt 24. Und hinzufolge wird diese Summe als diese Zahl geschrieben, die 24 1er enthält. Die Quersumme dieser Zahl ist also 24. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.